Musik 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 Ja Gehts Ja also hallo hier ist der Noah Der Cousin von Manuel Wir spielen heute wieder W und T Ich fahr mit der Mathilda Und Ja Ich Stell mich jetzt da hinten meistens hin Auf die Brücke weil die meisten kommen von da hinten Von dem Berg her Dann schieß ich die meistens immer ab Ja Und wenn es halt hier brenzlig wird dann fahr ich halt dahinter Da wo ich jetzt stehe und hilf halt denen Ja Tschuldigung es war Pizza Denkt an eure Ausbildung Puh Hehehe Hehehe Ja der Mann hört man wie sie sein Lachhasper Hehehe Ja als dem nix denken wird immer so Lachkrämpfe Ja das ganze Mann Kein Mann Kein Mann Ja 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 also die anderen fahren jetzt dahinter die andere Flagge Und ungefähr da hinten Da hinten Ich stelle mich dann meistens da her schau Weil da unten Kommen schon die nächsten Panzer Und wenn ich mich da hoch stelle die meisten Panzer kommen dann nicht hoch Also können die hier so schwenken Jetzt haben wir schnell mal da her Weil der zu uns hinfährt Oder die machen den anderen Ja Ist eigentlich ziemlich gut wenn ich die anderen machen Brauche ich keine Munition verschwenden Ähm ja halt Und nur Da hinten ist unsere Basis Ja da sind Häuser Da kann man eigentlich sich gut verstecken Da sind auch Häuser Das ist wie so Ja wie so eine fette Brücke eigentlich Die ist kaputt Das ist voll schade Ja ich finde es schade Kann man hier rüber fahren So also die anderen fahren in der center Ja und ich schalte dabei Kämpfe ein bisschen Ja Und dann kann ich da auch schon so Schön znipern So ungefähr bis zu ihrem Stützpunkt Und da geht's halt dann vor Ja Ja Da ist auch ne Matilda Wo ist der Panzer da Also schatz Keischen Snipern Ja wenn ich halt treffen würde Wenn ich halt treffen würde Wenn ich halt treffen würde Schade Dunten kommt schon wieder einer Ich brauchte so lange zum nachladen Immer da hinten schauen weil der ist schon wieder einer Wir sind im Hügel Gut Weil ich bin schon mal da gestanden Es sind welche wo hinten kommen Ich war der letzte Panzer und dann Bist halt fett Na dann bist Wirklich weg vom Fenster Ist schon wieder einer Ja Ja es war nicht mein Kill So So Immer wieder hinten schauen So Der wartet jetzt bis wir nachrücken Einmal schießt 6 zu 5 Oder 5 zu 6 Ist eigentlich egal Ist eigentlich egal Weißt du T46 Mein bt7 Ja auf einmal verschwinden die Panthers finde ich eigentlich voll blöd Das war wieder nicht meiner weil die schnappen mir die ganzen Kills weg Das sind einfach rainbows Ja da unten kommt Ja da unten kommt Ja da unten kommt Bisschen dran zoomen So ja Schuss Deine Mutter Junge Eine Chance da durchzuschießen Tja 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 Tja